Musik Das junge Schauspiel ist der größte Anbieter für künstlerische Bildung und kulturelle Bildung in Düsseldorf mit ungefähr 60.000 Zuschauern jedem Jahr. Es spielt für Kinder und Jugendliche, für alle Altersgruppen, für Schulklassen, für Familien, für Jugendliche im Abendspielplan. Es hat ein riesiges Programm von ungefähr zehn Stücken im Repertoire. Musik Für die Fortuna ist es natürlich immens wichtig, dass wir mit anderen Institutionen dieser Stadt, die nun mal unsere Heimat ist, kooperieren. Wir sind heute aus einem erfreulichen Anlass hier, dass wir einen Scheck übergeben konnten in Höhe von 30.000 Euro für das junge Schauspiel. Und das ist natürlich ein besonders erfreulicher Anlass zur Verfügung gestellt durch unseren Partner Postcode Lotterie. Letztendlich natürlich auch in der Gesamtkooperation mit dem Kinderschutzbund und unserem tollen Projekt Kidscare. Die Zusammenarbeit passt natürlich großartig zu unserem Motto, zusammen gewinnt, zusammen helfen. Und Fortuna-Fans wissen, dass sie mit dem Fortuna-Los die Chance auf attraktive Preise haben. Aber eben auch dank ihrer Teilnahme großartige Projekte unterstützen können, Herzensprojekte des Vereins, wie zum Beispiel hier das junge Schauspiel. Musik Ich mache die Regie bei den Spielverderbern, was ich erstmal total spannend finde, ein Theaterprojekt mit diesen beiden Partnern zu haben. Und es geht um Gewalt im Sport. Hört sich jetzt erstmal nach dem Thema an, dass man denkt, es ist schwer. Aber wir finden es wichtig, dass man darüber redet und darüber reden kann. Und wir erzählen eine Geschichte, wo viele Geschichten aus dem Sport vorkommen und die auch eine große Leichtigkeit haben und Humor haben. Und aber dieses Thema auf die Art und Weise anfassen. Das war ganz spannend, jetzt dieses Theaterstück bei der Entwicklung auch zu begleiten. Wir freuen uns sehr darüber, dass es jetzt die Kooperation zum Jungen Schauspiel gibt, weil das nochmal eine Möglichkeit bietet, auf eine ganz andere Art und Weise das Thema dem Publikum näher zu bringen. Ja, das passt gut zu uns und zeigt sich auch in der Partnerschaft, dass das einfach ein wunderbarer Fit ist. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR